Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte mit einem Zitat beginnen, das ich vor einigen Wochen vor Zürcher Juristen beim Vortrag zitiert habe. Und das stammt von einem englischen Staatsmann des 17. Jahrhunderts, nämlich dem Marquess of Halifax. Der hat das folgende gesagt, Menschen werden nicht gehängt, weil sie Pferde stehlen, sie werden gehängt, damit andere keine Pferde stehlen. Jetzt einmal abgesehen davon, dass wir uns zumindest in unseren Breitengraben glücklicherweise von der anmaßenden Strafe des Aufknüpfens verabschiedet haben, so steckt doch in diesem prägnanten Satz das wichtige Prinzip einer Strafverfolgung, deren tiefer Sinn nicht die Revanche oder Rache darstellt, sondern die Mahnung und Warnung und der Glaube an die Belehrbarkeit und die moralische Einsicht. Dies setzt natürlich voraus, dass zumindest der Wille besteht, einen größtmöglichen Zustand von Gerechtigkeit herzustellen und nicht etwa einen Unterschied zwischen Pferdediebstahl und Pferdediebstahl zu machen, also zwischen denen zu differenzieren, die aus privater Gier oder privater Notpferde stehlen und jenen, die im Zuge mit allen wassergewaschener Finanztransaktionen dies unternehmen oder im Zuge politisch gewollter Delikte, die ganz sicher nicht von Kavalieren stammen. Um es unumwunden zu sagen, bei Stuttgart 21 handelt es sich um einen Pferdediebstahl beziehungsweise um den Giebstahl eines ganzen Gestüts. Und genau darum sollte dieses Projekt in erster Linie eine juristisch relevante Angelegenheit sein, denn so sehr allgemein von einem Ende der Großprojekte gesprochen wird, ist doch juristisch gesehen dies ein Signal, das sich aus der ganzen Affäre ergibt, nämlich ein ganz anderes, wie sehr nämlich doch ein Unterschied zwischen Pferdediebstahl und Pferdediebstahl besteht, was jene, die ähnliches vorhaben, nicht abschrecken, sondern eher ermutigen dürfte. Es wurde in dieser Geschichte von den politisch Verantwortlichen immer wieder ein Diskurs der Meinungen behauptet, bei dem sich eine bestimmte Meinung eben durchsetzt und eine andere nicht. Aber ist es nicht so, dass wenn ein krimineller Akt besteht, ein Betrugsfall, dies durch keine Meinung und auch nicht durch eine gewonnene Abstimmung oder Wahl legitimiert wird? Das wäre nämlich Sinn und Zweck einer unabhängigen Justiz, in der Tat blind zu sein gegen irgendwelche Machtverhältnisse. Oder hat etwa der österreichische Jurist Josef Unger recht, wenn er sagte, das Recht hat die merkwürdige Eigenschaft, dass man es behalten kann, ohne es zu haben? Stuttgart 21. Stuttgart 21 ist ein ungeahntetes Delikt, das sich schattengleich über die Stadt gelegt hat und nicht mehr weggeht. Es vergiftet in jeder Hinsicht diese Stadt und eben auch die Herzen der Bürger. Jetzt ist nur die Frage, wer ist schuld an dieser Vergiftung? Etwa der Überbringer der schlechten Nachricht, also der bürgerliche wie unbürgerliche Widerstand? Und was war denn vorher? Liebe überall, überall Lyrik und Rosenzucht, überall CDUler und Gründenkende und Linksdenkende und Freidenkende, die in fröhlichem Ringelpiet durch die Stadt tanzten, jeder mit einem lustigen Hütchen auf den Kopf, gebastelt aus den Seiten einer Stuttgarter Zeitung oder der Stuttgarter Nachrichten. Und dann kamen ein paar verbiesterte DB-Kunden und haben den Streit in die Idylle getragen. Nein, die Friedhofsruhe zuvor war ja eine bloße Illusion. Zudem hat die Diskussionswut in dieser Stadt auf viele Menschen durchaus belebend, jungbrunnenartig und elektrisierend gewirkt. Aber wir wissen ja, auch Strom geht mitunter zur Neige. Ich meine also die viel zitierte Müdigkeit der einst zu Bewegten, aber es ist mehr als nur ein Energiedefizit, es sind eben auch Vergiftungserscheinungen. Ich hatte etwas Bauchweh, als ich mich überreden ließ, hier vor Ihnen zu sprechen, denn auch ich gehöre zu denen, die sich seit einiger Zeit sehr zurückhalten in Bezug auf den Protest und die sich in einem Zustand befinden, den man die innere Emigration nennt. Für eine solche Zurückhaltung wurden viele Argumente gefunden, wobei man natürlich weiß, dass niemand von denen, die zuvor auf der Straße waren und jetzt zu Hause bleiben, seine Haltung zum Projekt geändert hat. Wie denn auch? Wie denn auch, wenn sich ständig zeigt, dass alle unsere Prognosen sich erfüllen, sich aber leider Gottes auch zeigt, wie wenig es nützt, dass sich Prognosen erfüllen und man eine gewisse Bedeutungslosigkeit der viel zitierten Fakten und der nicht ganz so oft zitierten Wahrheit erkennen muss. Die innere Emigration ist aber nicht einfach nur auf eine Enttäuschung und Hoffnungslosigkeit zurückzuführen, sondern eben auf jene Vergiftungserscheinungen, die das Projekt Stuttgart 21 mit sich bringt. Das heißt, wenn sich Bürger dieser Stadt zurückziehen, dann um sich zu entgiften. Das mag eine Illusion sein, weil das Geschwür sich ja immer mehr ausbreitet und sich ganz neue Politiker mit ganz neuen Ausreden und Beschwichtigungen einfinden werden, aber trotzdem besteht bei vielen von uns dieses Bedürfnis, sich zumindest für eine Weile herauszunehmen, um den toxischen Verabreichungen zu entgehen, die Haut und den Kopf zu entlasten. Es gibt nicht wenige Leute, die den Eindruck hatten, von dieser ganzen Sache aufgefressen zu werden und Migräne zu bekommen, allein wenn sie die Buchstaben B und B sahen. Was also bedeutet, sich dem Protest zu entziehen, nicht weil man ihn für dumm oder unnötig oder überholt hält, sondern sich auf diese Weise das krankmachende Stuttgart 21 Toxin für eine Weile vom Leib zu halten. Gar keine Frage, das ist eine biedermeierliche Haltung, die eigenen vier Wände, die Beschaulichkeit des Familiären, die Konzentration auf die eigenen Kinder, auf den Beruf, auf die Kunst, den Fußball, ja das Bedürfnis mit seinen Nachbarn sprechen zu können, ohne sich über Gleise und Haltezeiten in die Haare zu kriegen. Oder über die Schönheit oder die Hässlichkeit eines Bahnhofs debattieren zu müssen. Ich staune immer wieder, wie auch kluge und belesene Menschen, die niemals den Wert eines Rembrandt- oder Picasso-Gemäldes in Frage stellen würden, bei diesem Bahnhof plötzlich überall Nazis sehen oder Playmobil-Ritter. Wie gesagt, man ist müde ob solcher Streitgespräche. Aber Faktum ist ebenso, solange die Stuttgart 21 Geschichte nicht beendet wird und eine notwendige juristische Behandlung vorgenommen wurde, die Vergiftung des Stutengartens immer weiter fortschreitet. Man kann die Krankheit S21 nicht aussitzen, man kann sie nicht einmal herausschwitzen. Die Befürworter nicht und die Gegner nicht. Man kann die Luft anhalten, man kann sich eine Gasmaske aufsetzen, man kann statt über Gleise über den Zustand des VfB streiten. Der Pferdediebstahl aber bleibt bestehen. Und ohne Pferde ist diese Stadt nun mal schwer denkbar. Denn was hier neben allen Zerstörungen der Stadtlandschaft wirkt, ist eine Urschuld, eine Urwunde, die ganz sicher weder die Zeit heilt, noch eine von wem auch immer gewonnene oder verlorene Wahl tilgt. Ich weiß schon, irgendwann wird man diesen ganzen Mist, der hier geschehen ist, aufarbeiten und ganze Bücher darüber schreiben. Die Parteien werden sich die Schuld zuschieben und so lange die Schuld hin und her schieben, bis die Schuld plötzlich ganz alleine auf einem großen Platz steht, sagen wir mal den Pariser Platz. Darum möchte ich ein weiteres Mal einen englischen Staatsmann zitieren, William Gladstone, welcher postulierte, verzögerte Gerechtigkeit ist verweigerte Gerechtigkeit. Sehen Sie es bitte so, jeder von Ihnen, der hier steht, hält den Platz warm für andere nicht eingeschlossen, die wieder dazustoßen werden, weil müssen. Das Gift zu ignorieren, ist leider keine Methode, um es zum Verschwinden zu bringen. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Danke, Heinrich Steinfeld. Das Gift zu ignorieren, ist leider keine Methode, es zum Verschwinden zu bringen. Wir kümmern uns weiter um die verschiedenen Gegengifte. Was mir ganz besonders am Herzen liegt, ist all denen unter euch zu danken, die immer zu den Demos kommen und, wie Heinrich gesagt hat, den Platz für die kommenden Proteste warm halten, uns mit ihren kreativen Plakaten überraschen und erfreuen und so unser Feuer bewahren im Angesicht der Schneise der Verwüstung. Und besonders danke ich auch allen, die in den unzähligen Gruppen gegen S21 mitarbeiten und jetzt ganz schnell 40 Sekunden in Staccato-Manier à la Volker Lösch, die Blockadegruppen, die Mahnwache, die Teams für die Tunnelbohrer-Demos, Lauf-Demos, Montags-Demos, die Ingenieure, Architekten, Juristen, Unternehmer, Christen gegen S21, das Aktionsbündnis, die Musikgruppen Lokomotive, Kapella, Rebella, Kompanie, Sackbahnhof, die Versorger, Camps21, Flügel-TV, die zahlreichen Regionalgruppen, zum Beispiel Feingen, Esslingen, Cannstatt, Nordlichter, Baden, Kirchheim, die Initiative Barrierefrei, die Stuttgarter Netz AG, die Macher von Tunnelblick, Parkschützer.de, bei Abrissaufstand, die aktiven Parkschützer, der Rechtshilfefonds, die Info-Offensive, das Infobündnis Zukunftsschiene und viele, viele, viele mehr. Ihr seht, der Protest lebt. Der Protest lebt weiter. Dazu begrüße ich jetzt hier auf der Bühne sehr herzlich den Rechtsanwalt und Publizisten, Dr. Eisenhardt von Löper.